Hallo und jetzt zurückklotter fürs Video zur Alice 19 mal vorstellung unser heut geht es um ein Te… Te… PTERRA charter 9085 und gehört von Dein Text, wo es ogni Before 1986 auf einem Flohmarkt gefunden hat dieser alte Te… mushfraant History Streuer bereits auf den Feldern ausgerufen nach einiger Temperaturen und Kleiner Aperates ist diese Maschine wieder einsatzbereit Ich finde diesen Text mega cool, ähm, wir gehen mal shop, ich hab hier die ganze Zeit gesucht, gesucht, ich hab nicht gefunden, dann kommt der, ey, yo, Bruder, ich kann den Magen sortieren, und zwar hier steht der Challenger, Challenger, und na bumm, heute ist, mega cooles Ding, Preis, 175.000, ähm, Leistung, HP, also, oder PS, 1080, steht nur 1075, aber ich weiß nicht, wie zu oft, das heißt, steht, ähm, KW 1060, ja, äh, man kann hier umlackieren, was mir auch gefallen ist, das gelbe, könnt ihr jetzt hier nur blau machen, geht ja nicht weg, das gelbe, wahrscheinlich ist nur hier hinten dieses Ding, ja, ich hab mal gekauft, Das sieht schon mega aus, wenn wir jetzt mal hier, also, ähm, mal hochfliegen, das Ding, nein, ich wollte nicht ansteigen, so, von innen, naja, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber naja, ähm, so, haaa, hab ihr es hört? also, hört sich um den LKW, ok, ist schon gut ganz sehr sonst nie was also so gut so lang um so nach vorne schnell hier müsste auch führen schon dass Musik Musik So, also letzte Fuhre So, weiß nicht mehr so viel Mist hier, aber naja reicht für den Test so äh ah hier verstehe ich jetzt ganz viel so was für ein Sündiges der Schiebung hinten macht wenn ich mal grad bis es ganz unten hinkommt nein, aber Kopf hoch so, dann gehen wir auf unser Testfeld wo wir auch schon eine Brandnecke ausgetestet haben also hm so warte mal das sieht schon echt das sieht schon echt das ist wenn das schon die Reifen schmutzig so 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 so